Der Bewerbungsprozess bei uns sieht eigentlich so aus, dass man erstmal die Bewerbung natürlich reinschickt. Wir Führungskräfte, die dann kriegen, dann gibt es ein erstes Gespräch. Beim zweiten Gespräch begleite ich den Bewerber mit in den Fachbereich, dass man sie im Team einfach auch kennenlernt. Dann wird innerhalb von kürzester Zeit eine Entscheidung drauf und dem Bewerber dann mitgeteilt, sodass er dann bei uns starten kann. Wir haben mal generell eine Rundführung gemacht und mir wurde erklärt, was so meine Tätigkeiten sind. Und dann sind wir weitergegangen zum Bewerbungsgespräch. Es war sehr angenehm. Die Atmosphäre beim Bewerbungsgespräch war sehr gut. Ich war zum Anfang sehr nervös, aber meine zukünftige Führungskraft hat mir die Angst und die Nervosität dann sehr schnell genommen. Mein Bewerbungsgespräch war sehr angenehm. Wir hatten den Abteilungsleiter hier. Es ist über alles Mögliche gesprochen worden, von meinem Werdegang in der Vergangenheit und auch über die Zukunft, wie ich mir das vorstelle. Ich habe mich so vorbereitet, dass ich mir mal die Webseite eingeschaut habe, was so Firma Trumpf Austria macht und wo genau der Hauptstandort ist. Und dass ich so ein paar Fachbegriffe mal von Firma Trumpf erfahren habe. Zur Vorbereitung für ein Bewerbungsgespräch ist wichtig, dass man sich mal auf der Internetseite schlau macht, was das Unternehmen überhaupt macht. Was für Ziele haben sie? Wie ist die Firmenphilosophie? Und dann einfach wirklich man selbst sein, wenn man dann zum Gespräch geht. Der erste Arbeitstag ist eigentlich als erster die Sicherheitsunterweisung. Dann wird man eh gleich von seiner Führungsperson abgeholt und dann direkt ins Team. Ich bin gut empfangen worden. Man wird gleich umsorgt. Das heißt, man bekommt auch einen Paten, der sich dann kümmert die erste Zeit. Wir suchen unterschiedlichste Leute quer durch die Bank, egal ob im technologischen oder im kaufmännischen Bereich. Im Bereich internationaler Außendienst ist wichtig, dass man hohe Flexibilität mitbringt, die Zusammenarbeit mit dem Kunden schätzt und auch die Zusammenarbeit mit dem Innendienst und seinen Kollegen. Was man bei uns mitbringen sollte, ist Kreativität, Offenheit für Neues und Lust, sich einzubringen. Wir bei der Firma Trumpf suchen sehr aufgeschlossene Personen, sehr offene Personen, sehr neugierige Menschen. Wir bei den anderen Punkt. Bis dahin. Untertitelung des ZDF, 2020